Ist das dieser, ist das dieser komplette Imba-Panzer auf Tier 2 oder 3? Also ich habe ihn nicht, das kann ich schon mal dazu sagen, aber war das nicht dieser OP-Panzer? Hey 100 Sasser, Grüße, ich wünsche dir auch ein frohes neues Jahr. Wollen wir einfach mal darauf hoffen, dass die gegnerischen vier, fünf Heavys auch durch die Panzergasse fahren und da reden. Achso, ich dachte jetzt, wollen wir mal über die Brücke fahren. Ja, nicht. Also Hill oder ganz außen 1er, 2er? Na, wir stehen am Hillen, ja, oder? Das ist Mindgames hier, ne? Ich dachte, dass er, äh, dann Hillen? Ja. Ja. Wir climben von außen hin hoch. Weißt du, wie das geht? Hey, Iro, hi, grüße dich, frohes Neues. Machst du es wirklich? Ich glaube nicht, dass ich es schaffte, oder? Hä? Weiß ich nicht. Ja, das Stück da oben ist schon ein bisschen schwieriger, ne? Ja, weiß ich. Waren die drei Gunmarks auf dem R100 schwierig? Also ich finde, alle Gunmarks im 10er-Bereich sind schwierig, ehrlich gesagt. Für mich jetzt jedenfalls. Es mag den einen oder anderen geben, der das nur durch Spielen schafft, aber ich persönlich muss mich da schon voll drauf fokussieren. Ich sag mal so, bis Tier 8 finde ich, sind drei Gunmarks jetzt bei meinem Spielniveau easy machbar, nur durch Spielen. Bei Tier 9 muss ich mich schon anstrengen und Tier 10 finde ich richtig schwer, also da drei Gunmarks zu bekommen. Natürlich habe ich mir nicht vorgenommen, aber guck mal, hier kommen wir alle, ne? Natürlich habe ich mir nicht vorgenommen, aufzuhören mit dem Bauern, was ist denn los? Holy shit! Ich halte hier eigentlich keine Monster warten. Komm, versucht wirklich den Climb. Colonel Flame, vielen Dank für dein Follow. Ich denke mal, das kommt schon schwierig, dann mit der Maus hochzukommen. Aber eigentlich ist das ein Weg rein, ne? Wichtig ist, dass jetzt jeder sich da vorstellt. Ich fahre nur nach vorne ran. Ja, ich wollte jetzt hier auch den anderen Kollegen. Hinten kommt IS-4, IS-7 und ER in 100 durch, ne? Ja, ich bin da schon. Also wenn du den Climb nicht bald schaffst, wirst du da abgefahren. Wenn du den Climb nicht bald schaffst, wirst du uns schaffen. So, wollen wir die jetzt hier rommeln, oder? Ich geh erstmal durch den Base. Scream Black, vielen Dank für deinen Follow, herzlich willkommen. Ah, ich track den T-10 nur. Also du machst D-Cap, oder was? Ich mach... Ah, Space. Das wollte ich hören. Der hier noch in der Mitte. Den machst du, Manuel? Ich versuche den E-Mili. Ich treffe aber nichts, ich bin grad für Mili. Ich wollte ja nur wissen, wen du machst. Ja. Wow, die T-290 hat mich mit AP gebumst. 1584. Nice. Ich hab den T-290. Ja. Ah, die T-14, 749. 45, danke. Danke für gar nichts. Ich hab echt so ein Magnet in meinem Panzer, ne? Lass mich mal hier durch. Alter T-10. Ich kann nicht... Ich bin nicht so mobil, dass ich hier um dich rumfahren könnte. Ja, die könnte jetzt mal D-Cappen, oder was? Ja, die könnte jetzt mal D-Cappen, oder was? Da greif ich D-Cappen. Ja, schnommen. Da ging voll durch ihre Panzerung. Ja, endlich. Wau doch mal Zeit. Ja. Wann picken wir es hin, dass wir die Gegner X-Ratis buffsen? Gar nicht. Ja, ja. Jetzt ist die Art auf mich drauf. Auf mich. Auf mir. Auf mich. Hey X-Ramo, guten Abend, grüße dich. Holy Shit. Ich hab das doch schon mal... The Real Nylon. Vielen Dank für dein Follow. Ich hab das doch, glaube ich, schon 20 Mal erklärt, warum ich die Maus APC-A-Only fahre, oder? Alter, bei mir ist der Atronal-Lidrausch an. Ich hab das nur noch 11 Sekunden. Wie viel? 11,18. Willst du das mal fürs Team nutzen, oder? Können, ich bin jetzt beim Cappen. Das war's gut. Wenn die Sonne jetzt keinen Bock mehr hat, dann bin ich da. So, ich hab den ersten Motor schon vermisst. Motor am Arsch, alles. Hey Mike, grüße dich. Das wär cool, wenn die Maus 11 Sekunden schießen würde. Das wär cool, wenn sie alle 5 Sekunden schießen würde. Alle zwei wärs noch cooler. Ja. Da, 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 da. Ich würd sagen, das war mal wieder ein Maus-Rebel, oder? Oh, ja, shit. Das war nicht so richtig geil, aber war schon okay. Ich hab 4200 Schaden gemacht. Hey Wott, Blitzker. Grüß dich. Grüß dich. Vielen Dank für dein Follow. Es war jetzt halt nicht so YOLO-mäßig, ne? Nee. Und ich muss auch vielleicht dazu sagen, den Climb ist zu schaffen mit der Maus. Ja? Ja, ich musste abrechnen. Ich hab dann schon zwei kassiert, von der IS-7 und IS-4. Gut gemacht. Ja, ich hab dann auch noch ein paar. Ja, und was soll denn das eigentlich darstellen? Kannst du das erkennen, dem Manuel? Kannst du das erkennen, dem Manuel? Ja. Dieses Chatbild, was soll denn das sein? Keine Ahnung. Hermi, grüß sie dich. Schön, dass du vorbeischaust. Oberstabsgefreiter Otto. Grüße. Dir auch ein frohes neues Jahr. Ah, hast ja klasse. Ich glaub, ich hab immer noch keinen Panzerhaast auf der Maus, oder? Habe ich einen Panzerhaast auf der Maus? Wo ist der denn? Ah doch, hab ich. Das wär ja auch eine Frechheit, oder?